Ja hallöchen meine Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play ähm Entschuldigung, Kamer, warum muss ich hier ausstoßen? ähm ja das erste Mal hatten wir hier den Entrance fertiggestellt, das erste Kapitel sozusagen und ich würde sagen wir wenden uns jetzt mal an die Bowls machen was einmal die Bowls sind ich habe keine Ahnung da habe ich leider kein englisch dafür gut genug und ich würde sagen es geht los oh, da kommen wir um den ersten Gegner Thunless Limes haunted the ruins and dark places of the world sucking scum and decay from the floors were it not for the lavery toxic ooze the secreted dead dead almost be kind of cured und wie kann ich dir jetzt death no turtle haha jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajaj jajajajajaj naszych Shop detached on turtle ssit.... oh the epic各位 ja das ist ein schwachsinn, na gut. das wird bestimmt noch schwieriger, ich habe bestimmt noch die 10.3 ausweisen später an den Viechern. Sybar Crawl Space, ok, hier ist ein Schreiter, es folgt mir das Viech, das gefällt mir nicht, falsche Taste, na scheiße, nein. So, ok, das ist natürlich jetzt nicht so gut, oh mein Gott, kacke, das ist jetzt ein bisschen schwierig, shit, hätte ich springen müssen, kacke, ah shit, hab ich noch nicht mal retten können, ach man, ich wollte gar nicht nach unten, verdammt, Mensch, ich kann ja nicht springen, das ist blöd, ach, das gibt's doch nicht, bin zu blöd zum ordentlichen, wieso vielleicht, ah, ich muss ganz links stehen, damit das, Gott, das war schon ein bisschen schwieriger jetzt, also immerhin das Spiel noch dauert, bestimmt nicht so ewig, von daher, ich glaube das ist innerhalb von 2 Wochen oder sogar durch, ich denke mal schon. Ich muss eigentlich unbedingt alles mitnehmen, das ist ja nicht das Problem, oh, oh, nicht das Problem. Okay, before she'd stopped caring about such things, she'd read articles about herself that described her as daring and a risk taker, but they didn't know, couldn't know the truth that she knew. The instant she turned her back at the moment if it really mattered, she'd proven herself a coward. She hopes she'd be given the chance to disprove it once she wins the summit. Okay, und jetzt, ach so, die welchen da ist wieder hochgekommen, überhaupt nicht eigentlich, oder? So, immer ein bisschen warten, und dann auch dismissen, so klappt das dann schon ganz gut, glaube ich. So, hier muss ich wieder, so. Nächstes Foto. Blast, cursed, haunted. Whatever you call it, the fact that the tower remains standing for so long after its inhabitants vanished, was an Enigma, free ever dared to explore too thoroughly. Kein Name, wie man das ausspricht. Ich weiß übrigens auch nicht, was Enigma heißt, ehrlich gesagt, aber nun gut. So, nächstes Level geschafft. Lass was trinken. Benitent Apartments, mhm. Also, es hat jemand in einem Review auf Steam, ähm, äh, gemeckert, dass die, dass die, äh, Teilsets zu, äh, unabwechslungsreich werden, wenn man es nicht auf der Stelle stellt. The tower wasn't a building so much as an entire city turned on end. There were probably all sorts of red treasures and antiques to find, but all she truly cared for was reaching the top. Okay. He, häh, 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 häh. Dreckfie, ich hasse dich und deine ganze Familie, weißt du es eigentlich? Ja. Was? Jerk, Monster. Hab ich jetzt gerade getötet? Aha, so tut man die also indem man seine eigenen, indem man diese quetscht, so zu sagen. Ah, das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Das ist cool gemacht, finde ich. Äh, und jetzt? Hm, einfach mal so. Äh, äh. Gut, dass es keinen Fallschaden gibt. Ja, man nennt irgendwie so ein Naster-Tattoo, das ist mir auch gerade egal. Äh, äh. So. Wupp. Komm ich da rüber? Äh, boah. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Äh. Und jetzt? Ja, das war keine gute Idee. So. Nein! Ach. Jawohl. Warte mal. So. Hier ist noch ein Schleimi. Ja, komm ich da rüber. So. Ein. Ah, shit. Das ist sowas auch doof. Hm, meine nicht. Lass dich jetzt mal bis zum Ende krabbeln. So gefällig sind die ja nicht, wenn man aufpasst. Äh. Äh. Äh, shit. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Äh. So. Äh. 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 Machen wir das jetzt. So machen wir das jetzt, glaub ich. Ein. Äh. Klappt nicht. Scheiße. Äh. Besonders klappen. Äh. Du. Mistvieh. Mensch. Wie die sich ja immer dreht, ne. Das ist schon doll. Irgendwie. Ach. Verdammt. 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 Die springt ja auch viel zu niedrig, ehrlich gesagt. Viel zu niedrig. Ach, das gibt's doch nicht. Verdammt. Die scheitert da, wo Mario ohne Problem hoch... Äh. Guckt euch das mal an. Die scheitert da, wo Mario ohne Problem hochkommen würde. Ganz ehrlich. Ist ja schlimm. Ich vergess immer, dass ich auch das missen kann. Irgendwie. So. Nein. Oh. Mensch. Ich bin doch blöd, ey. So. Ne. Hup. Nein. Ganz schlecht. Entschuldigung. Hup. Verdammt. So. Es muss man nur richtig timen. Das ist das Problem. Ich hab's mit dem Timing raus. Hup. So. Aha. 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 Ich hab' mir nur Nerfsgrabben bisher. Nein. Boah. Na. Ah. Was. Was. Wie. 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 das mit gründen ohne kontroller spielen zu müssen ist ein bisschen unschön zwischen der so kommen sondern das funktionieren ich bin noch gar nicht hoch genug dafür das geht auch gar nicht besonders funktionieren muss in der schleim habe ich endlich versuche es geht auch gar nicht die musik ist gut aber nicht nervt dass ich in die vorwärts kommen kann es funktionieren ich bin noch nur so hoch maximal also so hoch kommt das maximale komme ich nicht nur muss ich einen anderen weg nehmen oder wie ist das die tür da muss ich da ein bisschen tricksen irgendwie muss ich ja funktionieren aber wie ich komme darüber weil das wird dann ja auch nicht ja der kann ja dass du unten nicht als und da nicht rüber gibt es nicht kann ich das vielleicht erwarten nee nee das funktioniert ja nicht dachte ich mir so können das als kommt doch nicht rüber das gibt es nicht kommt am millimeter nicht rüber verdammt alter leute ich kriege einen noch zu viel das sollte ich das einfach machen indem ich noch mal so nee der bildausschnitt zu klein dafür ich kann sich jetzt hier scheitere und ich weiterkomme ich kann da nur so hoch super irgendwie ist es gerade ungünstig hart und drecks wie sind das funktionieren geht doch gar nicht irgendwie da sind die schwersten bereiche des spiels wahrscheinlich man kann nicht irgendwie wenn ihr dann mal rüber springen könnt ihr die dumme alter ganz ehrlich steigen uns auch etwas unschön ohne kontroller aber wenn das scheiß spiel bisher aber wenn das spiel man kontroller nicht erkennen kann ich auch nichts für ja toll klein du folge ich möchte runter einfach mal so spontan normal hier erst noch nicht hoch wenn da und das bin ich ja ich habe kein zeitgefühl zum messen dafür dass es blöd das ist auch wieder dumm ich glaube ich werde dich jetzt eine zeit lang hängen ich mache ihnen nur eine halbe stunde höchstens weil ich mache mal bis zum nächsten von stunden der aufnahme das rechte nehme ich auch schon das wie das blödes vieh dass sie auch nach einem treffer stirbt das ist ist nicht fair das stimmt ja man konnte sich umsehen irgendwie ging das noch mal es so das irgendwie nicht allzu viel bringt irgendwie glaube ich so irgendwie kriegen wieder hier bald ein zu viele habe ich gesagt von dem level ganz schlecht dass wir irgendwo unterschrutz mal gucken man kommt rüber ganz schlecht der ist irgendwie jetzt wo kommen wir das hier ständig nervt drecks mistvieh alter hat das level das ist echt das ist überhaupt schaffbar ich habe das gefühl nicht jedenfalls für mich nicht ich habe mir diesen scheiß schleim hier ich komme hermann irgendwie musst du doch tödbar sein wollen uns tödbar unbedingt aber so nein ich habe mich nicht ich bin dafür das war nicht gut habe ich kommen sind warum kommt die die dumme dumme melde da ich noch nicht hoch die springt die springt das spiel der mario höhe ganz ehrlich das war echt dumm das ist weg das ist weg sehr gut das sage ich bloß nicht irgendwie irgendwo sterben oder so ja wie soll das funktionieren soll ich denn so rüber nee natürlich nicht wo das vielleicht gar keine schlechte idee wäre warte mal ne das wird natürlich nicht wo ich mir das denk warum komme ich da nicht hoch jetzt dreck ist dieser blöde block da im weg das ist der blöde block da im weg bei crash crosswalk ok oh mein gott ja toll so das war keine gute idee dann immer halt oben so lang sehr intelligent da komme ich glaube ich so jedenfalls nicht nein 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 alter ist das nervig ist das nervig okay so hoch geschafft ein glück gerade so gerade so ok jetzt ist ein polaroid ok